Wer also behauptet, mit dieser Vernichtungsorgie von Werten und Existenzen das Klima retten zu wollen, ist ein Lügner. Wer diesen Lügnern glaubt, hat sich, gelinde gesagt, sehr weit von der Realität entfernt. Ich rufe deshalb alle mündigen Bürger auf, informieren Sie sich, auch und vor allem auf den Seiten der Wissenschaftler, die in den Leitmedien kein Gehör finden. Und genau so ist das. Und bilden Sie sich mit Ihrem gesunden Menschenverstand ein eigenes Bild. Oder, um es mit Kant zu sagen, haben Sie den Mut, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Vielen Dank.